Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auf geht's. Salut, das Ticket. Bitteschön. Auf geht's. Ciao, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ups. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Ciao, das Ticket. Bitteschön. Ciao. Hallo, bin ich hier richtig? Danke sehr. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Boardkarte mit weiteren Sicherheitsinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt, nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind froh, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich heute zu deinem Lieblingsdienst kommen können. Wir sind froh, wir wollen Ihnen ein paar Informationen über die Fahrt über den Zugang. Die Wearingen von Seatbelts ist compulsory an bord der Bus. Therefore, bitte um Ihren Seatbelts festen durch die ganze Zeitbelts. In der Seatpocket in front of euch, ihr könnt ihr die Information Card finden, die Informationen und die Details von unseren Bewerzen und Bewerzen. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard wifi network. If your battery runs out, no problem, many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020